Hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Immer natürlich da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ja, wie wir sehen, ist jetzt auch schon wieder Tag geworden. Also die Nacht hier ist relativ kurz. Also im Vergleich zum Tag, weil der ist echt lange. Ja, also jetzt fliegen wir jetzt zu irgendeinem Planeten, wo Sauerstoff gibt. Genau, wir müssen die Sache mitnehmen, oder? Nein, wir können ja wieder zurückfliegen. Ja, wir können ja wieder zurückfliegen, oder? Ja, und da wir ja hier noch sehr viel zum Ausgraben haben, bleiben wir erst mal. Hast du schon den Speicherpunkt da gesetzt? Ähm, nope. Jetzt. Wir können aber erst mal zu einer Raumstation fliegen, oder? Der leuchtet jetzt, ne? Ja. Müssen wir aber nicht. Alles klar. Ich muss erst mal mein Räumschiff finden. Kannst du auch zu dir hinrufen. Stimmt. Ach nee, geht ja gar nicht. Ich hab ja keinen Treibstoff. Das ist echt ärgerlich. Das ist deins. Ich weiß, wo dein Räumschiff steht. Ja, ich hab das irgendwo von der Basis weggeblieben. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo du bist? Ja. Ja, wo bist du denn? Ah, da hinten. Ah, locker. Fähre ich mir mal. Ja. So. Ähm. Jetzt muss ich das erst mal aufladen. Hab ich denn Uran? No. Du musst also nicht mit Uran aufhören. Kann ich aber. Ja, aber du hast keinen Uran. Uran ist... Ne, hab ich. Uran ist doch dafür zu wertvoll. Räumschiffreppstoff. Äh. Das geht nicht mit den Ionen-Akkus, oder? Die du mir eben geben musst. Nein, das ist für deinen Gefahrenschiff. Ja, okay. Du musst halt mit die Wasserstoff und einer Metallplatte. Hast du die Wasserstoff? Ah ja, ich weiß. Ja. Diesen. Mach dir am besten zwei davon. Von den Raumschiff, Starter, Treibstoff. Dann ist es erst mal voll. Also für viermal Start, glaube ich. Und der Impulsantrieb ist auch noch drin, ne? Ja. Also, ich bin jetzt abgehoben. Wie kann man nochmal die Sicht ändern? Ähm, mit Falltasse nach oben. Ne, nach unten. Und dann auf Hilfsmittel. Und dann kannst du Raumschiff an Sicht wechseln. Ah ja, oh, ist besser. Auch wenn ich nicht besser fliege. Nein. So, jetzt einmal nach oben. Bist du noch da? Wo? Ich fliege alle nach oben. Ach so. In Richtung Raumschiff. Ah ne, jetzt hab ich geschossen. Weiß war das. So. So. Zu welchen sollen wir hier gehen? Nuclearplanet. Ich kann nicht nur mehr scannen mit L3, ne? Ja. Für welchen fliegst du? A-Hux-X-V-I. Aber das ist ein ätzender Planet. Da hinten ist noch ein Unentweckte. Dieser rote? Ja. Da hin? Ja. Das ist aber ganz schön weit weg. Jo. Zum Glück hab ich mein Raumschiff noch mal vorgelegt. Ja. 15 Sekunden hinter hier. Ja, ich bin noch nicht mal jetzt an dem anderen vorbei. Ist auch nicht. Boah. Da sieht man mal, wie groß das eigentlich ist. Das ist riesig. Ich meine, das ist jetzt nur ein Spiel, ne? Aber in der Realität ist es gut. Das ist nur ein Spiel und da dauert es hier schon Ewigkeiten. Ja, die sind 16 Sekunden. In 40 Sekunden bin ich da. 40 schon? Aber ich kann ihn irgendwie nicht scannen. Ja, bei mir schon. Radioaktiver Planet. Ach, schön. Gamma-Wurzel, Natrium, Uran, Kupfer. Da gibt's keinen Sauerstoff. Ich weiß nicht, ob es so Sinn macht, da hinzukommen. Da gibt's bestimmt Sauerstoff. Ja, aber sehe ich nicht. Ah, nee, ich glaube hier. Der ist radiaktiv. Nee, hier ist keiner. Kein Sauerstoff. Weißt du, und sofort wieder hier ein abgestürztes Ding. Abgestürztes Ding. Abgestürztes Ding. Raumschiff. Die Pflanzen haben doch bestimmt Sauerstoff, oder? Jetzt kann man hier wieder alles scannen. Ja, ich bin da. Ist so hingefungen? Ja, ich bin da. Ich hab Gold gefunden. Aber... Ich hab hier wieder meinen Strich. Ich glaube nicht, dass hier... Sauerstoff. Oh. Aber Kohlenstoff kann ich auch erstmal gebrauchen. Aber Kohlenstoff kann ich auch erstmal gebrauchen. Ja, ich glaube, wir können hier wieder wegschliegen. Ja, ich glaube, wir können hier wieder wegschliegen. Hier gibt's auf jeden Fall Leben. Schön. Die Dinger kann man auch töten. Wenn's so ein Leben gibt. Ach du Scheiße, was ist das? Yo. Ein Riesenfisch. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas krasses. Und dann kommt ein Riesenfisch. Ja, ein Fisch, der am Land ist. Krass. Ja, gut. Du wirst es genau. Ja, bitte. Ich bin direkt hinter dir. Da hinten ist unser... Jetzt haben wir auch den da hinten an der Raumstation. Das ist ein Nuklear-Oxanet. Guck mal. Guck mal, wie diese Saturnartige... ...der nuklear ist. Ja. Wir können auch mal kurz zur Raumstation. Und dann von da aus zu dem anderen Planet, der da drunter ist. Oder? Oder? Ja, ich denke... ... ... ... ... Ja, lass erst mal zur Raum putzen. Okay. Ist doch dieser Unikon, ne? Ja, die Raumstation ist dieser gelbe Punkt, ja. Ja. Kann das sein, dass der Planet da hinten unser Anfangplanet war? Die Erde? Nein, ja. Eunico. Ach so, ja, kann gut sein. Der Pulsantrieb aufklären, ich bin im Treibstoff. Ach du Scheiße. Er ist schnell da, oder? Ja. Ja. Ich bin der Pulsantrieb. So, ich bin da. Und du? Eine Minute. Du kannst ja sammeln. Okay, wenn da keine Steine sind, hast du eh verkackt. Ja, ich hab ja gesammelt, aber ich lad jetzt nicht auf, das lohnt sich nicht. Für die Minute hier. Wieso? Wieso lohnt sich das denn nicht? Erst eine Minute. Ja, eine Minute ist viel. Wenn man nichts zu tun hat. Aber ich hab ja was zu tun, ich fahr ja. Ich möchte nur wissen, wo die Einfahrt ist. Ja, wo es so blau leuchtet, ne? Ja. Jetzt muss ich hier jemanden nach einem Notfallsignal befragen. Bist du da? Ja. Ja. Jo. Ähm. Jetzt hier ein Basiscomputer. Wie im Basiscomputer? Nein. Ja, ich brauch ein Basiscomputer. Ja, ich brauch ein Basiscomputer. Achso, eher weg gehen. Ja. 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 Was ist da, wir müssen mal auf die andere Seite, weil da kannst du auch Sachen kaufen, zum Verbessern deiner Waffen oder so. Scanner-Modul. Impulse. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Ich glaube, das war ein Fehler. Okay, also fliegen wir zu den einen Planeten. War das jetzt der? Ja. Der unter uns trägt? Ja. Ja. Diese Eunico. Ja. Nur um Sauerstoff zu finden. Ich bin auch sofort gelandet. Das Problem ist, dass hier so eine Drohne ist. Ich weiß auch, dass meine Lebenserhaltung sehr niedrig ist. Deswegen sucht man ja Sauerstoff. Aber ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge erst hier nach Sauerstoff sammeln und so. Und dann wieder zurückfliegen. Ich muss noch landen. Ja. Kannst ja dann machen. Ich bin da. Okay. Dann vielen Dank für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.